Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 11.06.2019 So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Ja, heute haben wir erstmal neue Stile von den Toxischen Troopers und von der Gefahrenagentin. Die werden wir uns am Ende angucken. Und eine neue Lackierung animiert, den Wellenwirbel. Ja, dann, wir fangen auf der rechten Seite an. Mit der Kernschmelze. Eww, das Ding sieht total scheiße aus, sorry, da habe ich schon gesagt. Für 500 V-Bucks Kernschmelze kriegt von mir ein von 10. Von mir zwei von 10. Der Meltdown, der hat eine Benotung von 3,715 bei 7 Votes zum 1.18. Mai 2018 im Shop gewesen. Sechsmal seit dem 13 Reminded. Genau. So, warte mal, geh mal bitte ganz kurz auf der rechten Seite runter. Ich würde einfach nur mal gerne sehen, wann der, weil das Ding muss Ewigkeiten mehr sein. 178 Tage. Das letzte Mal vor 178 Tagen im Shop gewesen ist, weil der war ewig nicht drin. Dann kommen wir zu geschmeidigen Moves. Smooth Moves. Für 800 V-Bucks finde ich richtig cool. Kriegt von mir 10 von 10. Von mir 9 von 10. Dann geschmeidige Moves. Smooth Moves haben eine Benotung von 4,54 von 5 bei 7 Votes zum 1. Mal am 1. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seit dem 11 Mal und 309 Reminders ist das Final im Shop gewesen am 20. Mai 2019. Presto Spalter. Ja. Äh, ja. Ich finde den nicht besonders toll. Kriegt von mir 4 von 10. 4 von 10. Von mir kriegt die... Autocleave. 2 von 10, ganz ehrlich. Ähm, 2,185 bei Elfotes zum 1. Mal am 18. Mai 2018 im Shop gewesen. Seitdem 10 Mal und 5 Mal anders. Und seitdem mal wieder 20 Tage. Für 800 V-Bucks. Seitdem 20 Tage. 144 Tage. 144 Tage. Dann Noir. Noir. Der Detektiv. Ja, bei diesem Set finde ich ja eigentlich normalerweise dieses Auto am geilsten. Den Noir, dreh den mal bitte da hinten. Das eigentlich hinten des Backpacks von dem eigentlich auch ganz witzig. Aber, aber ansonsten finde ich den... Ja, ja, ist okay. Kriegt von mir 6 von 10. 7 von 10. Dann Noir. 4,145 bei 2.0 vor. Zum 1. Mal am 2. Juli 2018 im Shop gewesen. Seitdem 8 Mal. 59 Reminders. Und das letzte Mal im Shop gewesen vor 74 Tagen. Dann Speer-Specialist. 4.200 V-Bucks. Specialist. Recon-Specialist. Ja, 7 von 10 ganz klar, ganz normal. 7 von 10 gibst du der? Ja. Echt? Von mir kriegt der Recon-Specialist 5 von 10. Okay. 4,01 von 5 bei 76 Worts. Zum 1. Mal am 26. November 2017 im Shop gewesen. Seitdem 39 Mal und 114 Reminders. Das letzte Mal im Shop gewesen. Vor 20 Tagen. Dann. Oh. Dann. Den Dab. 10 von 10 ganz normal. Was? Der kriegt von dir 10 von 10? Echt? Dab habe ich mir direkt. Das war mein zweiter Emo, den ich mir gekauft habe. Echt? Von mir kriegt der 8 von 10. Der Dab. 3,8. 1,25 bei 36 Worts. Zum 1. Mal am 24. Juli 2017. Bei 2017 im Shop gewesen. Also Weihnachten. Vor 2 Jahren. Seitdem 27 Mal. Und 118 Reminders. Und das letzte Mal im Shop gewesen. Das war auch schon ein bisschen näher, oder? Das letzte Mal im Shop gewesen. Vor 30 Tagen. Einen Monat gerade mal. Ja. Dann kommen wir zum Wellen. Ne. Wir kommen erst mal zur Aura. Ja. Zoom mal an hier ran kurz bitte. Die Aura. Ja. Das ist hier. Ja. Finde ich persönlich nicht wirklich prickelnd. Verachtender V-Bucks kriegt von mir 4 von 10. 4 von 10 von mir kriegt es. 3 von 10. Zeig mal her da. 4,365 bei 36 Worts. 4,36. 36 Worts. Zum 1. Mal am 8. Mai. Am 8. Mai. Okay. Wer kennt den Tag? Seitdem 1 Mal. Und 144 Reminders. Dann war es wohl vor 34 Tagen schon. Krass. Aber übrigens Leute. Wer es nicht weiß. Der Gleichzeit am 8. Mai. Geburtstag. So. Guild. Für 800 W-Bucks. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein tolles W-Skin. Äh. Guild kriegt von mir. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Naja. Aber ich finde den ein bisschen besser. Er kriegt von mir 5 von 10. 4 von 10. Minimal besser. 3,33 von 5. Bei 18 Worts zum 1. Mal am 8. Mai an der Gleichgeburtstag drin gewesen. Seitdem 2 Mal und für 15 Reminders. Und mal wieder 34 Tage her. Dein Geburtstag ist schon 34 Tage her. Ja Wahnsinn. Dann kommen wir erstmal zu den neuen Outfits da von der Gefahrenagentin. Ja. Einfach nur in Gelb. So. Wie viel gehst du da? So. So mal bitte an die ran. Wie viel gehst du da? Ähm. Der Gefahrenagentin gebe ich. 10 von 10. Ganz spannend. Auch 3 von 10. Ich finde auch den nicht gerade sexy. Sexy. Ja. So. Stilvorschau. Geh nochmal mit auf die... Weil das... Oh. Wo ist es? Geil. Nein. Weil du jetzt auf den Rucksack bist. So mal an den ran. Ja. Ja. Bleibt dabei 3 von 10. 3,54 von 5. Bei 28 Worts zum 1. Mal 2018 im Schockgewil. Strange. Warum der viel besser bewertet wird als sie. Ja. Dann. Dann. So. Jetzt gucken wir uns den Wellenwirbel an. Für 500 V-Bucks. Äh. Die Animation liegt es ja. Kaum zu sehen. Ganz minimal. Ja. Ah. Wie gibst du da? Dreh das Ding mal. Mach mal ein Modell wechseln da unten. Lass mal gucken. Sieht denn das hier aus? Geh mal auf die nächste Waffe. Wie findest du es? Also hier. Okay. Bei der Paddypump sieht eigentlich ganz cool aus. Finde ich. Äh. Wie? Äh. Da sieht man kaum was. Bei der Großteil. Die... Bah. Die liegt kacke aus. Beim Bogen siehst du es auch fast gar nicht. Das ist auch blöd gemacht. Also wirklich... Ach nee. Sorry. Aber für 500 V-Bucks finde ich das Teil nicht gut. 4 von 10. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Finde ich auch nicht gut. Also wirklich auch... Bin ich auch dabei. 4 von 10. Finde ich auch überhaupt nicht gut. 11 Reminders, aber keine Bewertung. Wenn es euch gefallen hat, dann geht mir mein Doppel nach oben. Schreibt es an den Kommentar. Abonniert den Kanal und schreibt es nicht an, wenn es wieder heißt. Vor allem in den Shop mit uns beiden. Bis dann. Und tschüss. Und dann geht's.